Jo, YouTube, was geht nächstes hier und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Ich versuche eure Challenge. Beim letzten Mal habe ich versucht, die RK5 Streak Challenge zu machen, in der ich klägtisch gescheitert bin. Diesmal gibt es eine neue Challenge und zwar Vespa deiner Wahl, 45 Kills in Team Deathmatch. Das ist schon nicht ganz so einfach, würde ich sagen, vor allem weil ich Level 1 mit der Vespa bin, das heißt Vespa ohne Aufsätze, 45 Kills. Die Challenge kommt übrigens von Jason Schlüter oder so, äh, Schlueter. Auf jeden Fall, ja, Vespa ohne Aufsätze, 45 Kills, Team Deathmatch. Ich werde absolut reingehen mit der Klasse, weil, ihr gesagt, keine Aufsätze, aber Vespa ist ja eh so eine absolute Ich gehe nur rein und mache alles weg, Klasse. Also entweder gehen wir rein oder wir werden verkackt. Die Challenge ist auf jeden Fall machbarer als andere Challenges, die in die Kommentare geschrieben wurden. Ich werde nicht sagen, dass ich gerade ein paar Minuten vorher schon eine andere Challenge versucht habe, in der ich mit Fäusten eine Streak machen soll und dann 0,7 stand und dann keinen Bock mehr hatte und aufgehört habe. Aber das wäre auch, glaube ich, für euch unterhaltsam gewesen. Da hättet ihr auch keinen Bock drauf gehabt, wenn ich die ganze Zeit nur sterbe. Deswegen versuchen wir mal was, was, glaube ich, ansehlich ist, wenn ich es schaffe, weil das, glaube ich, ein ganz unterhaltsames Gameplay ist. Und was ich auch theoretisch schaffen kann, wenn ich mich ein bisschen anstreng. Weil ich finde, Vespa deiner Wahl wäre ein bisschen zu einfach gewesen, weil dann hätte ich mir so eine absolute OP-Vespa machen können. Und dann wäre das vielleicht nicht so schwer gewesen, aber ohne Aufsätze. Ich meine, Jungs, die wird so hart verziehen, die Scheißwaffe ohne Griff, ohne alles. Ja, nice. Das meine ich. Absolut nichts getroffen am Anfang, egal. Ist auch meine erste, also meine zweite Runde, meine erste richtige Runde am Tag. Ach, du Scheiße, Alter. Was? Okay. Auf Range geht mit der Waffe nichts, Alter. Nichts bei mir. Alter. Wisst ihr noch, damals, als die Vespa am Anfang von Black Ops 3 so absolut die stärkste MP war, Mann, da habe ich die auch nur gespielt, Alter. Das hat so Bock gemacht mit der Waffe. Aber jetzt ist die einfach nur scheiße geworden, ey. Vor allem ohne Aufsätze, Alter. Okay. Okay. Ich muss einfach auf Close Range bleiben. Dann habe ich eine Chance. Nice, let's go. Ich setze meine fucking... Guck mal, ich dachte, hinter mir wäre eine. Deswegen habe ich meine fucking Kinetic eingesetzt, ne? Aber ich wusste nicht, dass da ein HCXD kommt, Mann. Ja, den kann ich nicht challengen. Und den habe ich nicht gesehen, weil ich blind bin. Let's go. Ich kann nicht... Ich habe keinen Boost mehr. Ey. Ich habe gerade schon wieder so viel Pech, ne? Okay, Jungs. Sorry. Sorry fürs Ragen. Tut mir echt leid. Aber... Keine Ahnung. Ich... Es kann nicht sein, dass ich jede Challenge nicht schaffe, die ihr mir stellt, Mann. Es kann doch nicht sein. Okay. Ja, aber... Warum veraim ich denn gerade so hart? Warum veraim ich gerade so hart? Kann mir das bitte jemand sagen? Ja, komm mal. 18 Kills gerade mal. Okay. Okay. Ich kann nicht springen. Kein Ding. Juck dir nicht. Spring kein Ding. Reimt sich. Reimt sich. Lalalala. Jungs, guckt euch meinen Aim an. Ich graf es nicht, Mann. Bin ich wirklich so kacke, Alter, oder was? Kann doch echt nicht angehen. Ja, und dann war ich gewallbankt. So, like, what the fuck, Mann. Ich hab ne 3 Bar. Hallo, wieso hab ich ne 3 Bar? Ich bin alleine zu Hause. Hier, geht alle weg, Mann. Weg. Okay, den krieg ich natürlich nicht und jetzt bin ich tot. Ja, war klar, Mann. 31 Kills, Mann. Okay. 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 Okay, kriegen wir wenigstens noch ein paar Kills. 34 jetzt, Mann. Aber es ist mir zu wenig, Mann. Es ist mir zu wenig, ehrlich. 35 Kills. 10 haben gefehlt, Mann. Aber, ne, das ist, ne, nein, nein, das ist zu viel. Vor allem, weil ich mich so abfacke darüber, dass ich es so hart veraime die ganze Zeit, Mann. Man muss eine Mentalität mit dieser Klasse haben. Und zwar, dass es nur rein geht. The only way ist rein. Rein. Weil auf Range habe ich mit der Waffe so null Chance. Das ist unfassbar. Genau auf solche Range... Genau auf solche Gunfights darf ich nur mit der Waffe eigentlich nehmen. Nice. Fuck, nur noch 7 Schuss. Ich habe ja keinen Plünderer, weil ich noch zu low level bin. Deswegen, ja, ich hätte aber eh nicht gedacht, dass ich jetzt so eine kleine Streak aufbaue. Oder überhaupt eine Streak mit der scheiß Klasse aufbaue. Aber da oben sind sie... Hallo, Jungs. Na? Na? Alles klar bei euch, Jungs? Wie geht's uns denn heute? Ey, Box... Wie konnte ich da gerade einen One-Hit-Box krasieren? Ein Schuss hat gereicht. Ein Schuss hat gereicht, um mich One-Hit zu machen. Okay. Mann. Der Griff fehlt mir einfach am meisten auf dieser Waffe, weil ich habe eh schon nicht das beste Aim. Und dann soll ich auch noch Vespa ohne Griff spielen, so. Guck, ich sehe... Eine Stolperfalle holt mich. Eine Stolperfalle. Ich war... Ich habe... Ich habe Flag-Jacket dabei. Eine Stolperfalle holt mich trotzdem. Fuck, Alter. Ich kriege keine Kills mehr. Ich brauche noch 30 Stück. Ich habe zwei wenigstens noch geholt. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Er hat Sense. Er hat Sense. Oh mein Gott, wie viele hier waren. Ey, nein. Maha. Junge. Drecksmate, Alter. Verpiss dich, Mann. Diaboss. Er schießt die ganze Zeit auf mich, der dumme... Mann, Alter. Was ist denn los mit dir? Schreib mir danach wieder eine Nachricht. Ey, bitte nimm mich an. Bitte nimm mich an. Oh mein Gott, Alter. Er schießt immer noch auf mich. Er läuft mir die ganze Zeit hinterher. Wie sie alle hier oben sind. Wie sie alle hier oben sind. Ja, jetzt kriegen wir noch ein paar Kills, aber... Ich werde es auch in der Runde nicht schaffen. Aha. Leider, leider, leider. Mal wieder keine Chance für den kleinen Nesibs hier seine Scheiß-Challenge zu schaffen, ey. 33 geht's. 35, 33. Ich fand, in der Runde habe ich sogar besser gespielt, ne. Egal. Eine Runde versuch ich. Drecks, kacke, scheiße, Mann. Wie geil. Diaboss mit Too Easy. Im Emblem. Er, der ist mir die... Oh mein Gott. Er ist so... Hat er mir schon eine Nachricht geschrieben? Hat er mir schon eine Nachricht geschrieben? Komm. Ah, ne, noch nicht, aber boah, ey. Ich werde die Freundschaftsanfrage so reinflattern sehen, ey. Ja, guck hier. Vor 10 Minuten. Die ab... Übrigens, sollt ihr mir ja wieder neue Challenges in die Kommentare schreiben. Irgendwas. Egal, ob ich es schaffe oder nicht. Vielleicht schaffe ich ja bei Episode 10 dann mal eine Challenge. Das wäre ja supi-dupi. Ehrlich. Warum hat der Typ auf einmal eine Waffe gehabt? Läuft der nicht die ganze Zeit mit seinem scheiß Messer rum? Nein! Nein! Kommt alle her, Mann. Kommt alle... Ja, nice. Auf der Drohne sehe ich einfach niemanden. Kommt Kinetik an und rein da. Rein! Nein! 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 Nein, nein, nein. Nein! Ja, du Fury-Sung! Oh mein Gott, ja! Nein! Oh mein Gott, das ist mate, ey. Alter, ich habe nur 10 Schuss. Ich kenne mich selber, glaube ich. Ja, scheiß drauf. Digga, ich sehe keine Gegner, Mann. Gegner müsste ich dann schon sehen, wenn ich dieses... Er hat mich nicht ernsthaft gerade geblackt. Huuuuhu. Huuuuhu. Fuck, hätte ich die beiden noch geholt, Mann. Das wäre so huge gewesen, Mann. 17 Kills. Jungs, ich will dieses Challenge wirklich unbedingt schaffen gerade, ne? Nein! Nein! Du dumme Drecksau! Nein! Ey, das wären drei Easy-Kills gewesen. Und er kommt von hinten und rippt mich einfach weg, Alter. Er hat... Ne. Er hat kein Herz. Der Junge hat kein Herz. Hier stirbt. Oh mein Gott. Warum... Nein! Warum kletterst du, Junge? Warum kletterst du? Ich wollte runter! Huuuuhu. oh mein Gott, 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 oh mein Gott Nein, 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 ich war ge- Ich muss jetzt echt so reingehen, wenn ich die Scheiß-Challenge noch schaffen will Geht alle aus dem Weg Geht alle aus dem Weg Hier muss jemand seine Challenge schaffen Weg 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 Nice Ah keine Warte, Muni mehr Ich schaff's nicht Ich schaff's schon wieder nicht, Mann 40 Kills Oh, Mann, Jungs Tut mir leid 40 Kills, wie gesagt Wieder leider nicht geschafft Knapp dran gescheitert 35, 37 und 40 Kills 45 wird jetzt gebraucht Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie unterhalten Wenn, dann lasst eine positive Wertung da Schreibt andere Challenges in die Kommentare Haut dabei ein Bis zum nächsten Mal, Leute